Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, Moment mal, erstmal hast du einen wunderschönen Namen, muss ich dir sagen. Also der Name steht dir richtig gut. Der zweitschönste. Was ist der erst schönste Name? Epic-Stand. Nein, ist es nicht. Ey. Okay, Leute, wir werden heute eine Runde Bad Wars spielen, beziehungsweise wir versuchen dreimal insgesamt Bad Wars in Minecraft zu gewinnen, nur mit der Hand. Das bedeutet, wir dürfen kein Schwert benutzen, keine Feuerbälle. Wenn wir kämpfen, dürfen wir einfach nur unsere Schlaghand hier nehmen, die ich hier auch gerade schon ausgepackt habe. Allerdings dürfen wir natürlich Betten mit einer Spitzhacke abbauen und Blöcke können wir auch natürlich abbauen mit einer Spitzhacke. Ich glaube, ansonsten wäre es ein bisschen schwieriger natürlich nochmal. Aber wir probieren es jetzt erstmal so und ich denke, es wird sehr schwierig. Wir müssen schon sehr viel Glück haben mit unseren Nachbarn. Ich glaube auch, das stimmt. Vor allen Dingen, wir können ja auch keine Knockback-Sticks benutzen oder sowas. Nee, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das wird sehr, sehr, sehr schwer. Das stimmt. Also ich glaube, ich kann das Schwert gar nicht wegschmeißen, oder? Nee, das Standartschlick kann man nicht wegwerfen, aber du kannst es momentan nach oben hin machen. Ah, stimmt. Sehr gute Idee. Okay, also ich kann jetzt gar nicht mit was anderes schlagen. Ja, am besten schon. Eisen, 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 Eisen. Ah ja, hier, guck, 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 guck. Hier, ich gebe dir Gold, du gibst mir Eisen. Okay, danke schön. Also ein bisschen Eisen, oh mein Gott, es ist mir sehr leid. Hier, bitteschön. Danke schön. Okay, ich baue zuerst das Bett ein. Ja. Und dann wollen wir... Ich kaufe mir mal eine Spitzhacke als erstes. Oh, okay. Dass ich auf jeden Fall ein Bett ab... Nee, ich hole mir Blöcke erst mal. Wollen wir dann zu den Diamanten rüber? Wollen wir unsere Rüstung erst mal upgraden? Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, oder? Ja, eventuell. Oh, ich wollte mir gerade ein Ding kaufen, gell? Ich wollte mir gerade ein Schwert kaufen. Nein. Du starfst gar nicht. Das ist so schwierig. Oh, ich hoffe nicht, dass wir zu schnell weggeschnetzert werden, ne? Ich hoffe auch nicht. Oh Mann, okay, also ich bin jetzt schon mal bei den Diamanten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind ja auch nicht direkt schon die Smaragte. Dürfen Feuerwände benutzen? Ah, die sind... Nein. Nur die Hand beim Kämpfen. Oh nee, das dachte ich mir jetzt so aber nicht. Ja, ja, nein, nein, nein. Du darfst nichts verwenden, nur deine Hand. Und wenn du einen Block in der Hand hast, dann ist es auch egal, weil das ist genau dasselbe. Stimmt. Okay, das wird super, super schwer. Ich hätte schon mal vier. Ich weiß jetzt nicht, was uns das bringt. Ich weiß nicht ganz, was Türkis macht. Darf ich Golems setzen? Ja, klar. Oh. Also das ist ja was anderes, ne? Also eigentlich, oder? Okay, dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen auf die Golems konzentrieren, oder? Ja, könnten wir machen. Dass die uns auf jeden Fall beschützen. Oh, hier ist noch was drin. Ich baue gerade das Bett mit Holz ein. Ich brauche unbedingt eine Rüstung. Also wir haben eine Rüstung auch nochmal verstärkt bekommen. Sehr gut. Wie viel Gold kostet so eine krassere Rüstung? Zwölf? Ja. Ne, habe ich jetzt nicht, aber gut. Gut. Ich gucke mal ganz kurz nochmal in die... Haben wir Nachbarn? Ne. Oh, die Rosinen bauen sich zu den Diamanten erstmal. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wir könnten auch zu Türkis. Ich sage es, wie es ist. Die haben das jetzt nicht so richtig krass eingebaut. Wollen wir? Wir bräuchten auf jeden Fall... Ah doch, warte mal. Grün kommt zu Türkis. Nevermind. Oh, aber wenn ihr dann grün zu uns kommt... Grün ist, glaube ich, gut. Die haben ja schon welche weggeschnetzelt. Das ist nicht so nice. Ich bräuchte noch 50 Eisen. Da können wir den ersten Gründen... Ja, guck mal, 28. Ich gebe dir nochmal Gold. Guck mal, hier liegt noch Gold. Ja, dann kann ich mal auf jeden Fall eine Dings machen. Eine Rüstung. Oh, oh, das ist ein Türkise-Bett. Pass auf, wenn die rüberkommen. Ja, ja, ich weiß. Die können sonst rüberlaufen sehr schnell. Ich weiß, ich weiß. Also, Türkis ist da auf jeden Fall noch am Start. Aber das Bett ist halt weg, ne? Also, das ist halt schwierig. Hab einen, hab einen, hab einen. Sehr gut. Ich habe nochmal zwei Diamonds. Sehr gut. Wir könnten das Bett auch noch besser einbauen. Wir könnten sogar Wasser drüber gießen, wenn du möchtest. Wir sollten das so gut wie möglich einbauen. Ich habe jetzt nochmal uns eine bessere... Oh, mein Gott. Hier, nochmal Schutz mitgenommen. Hast du noch zwei Gold für mich gerade? Ja, aber ich brauche ja unbedingt eine Dings, wirklich. Also, ich habe keine Rüstung, deswegen... Aber ich habe auch generell halt einfach keine Rüstung. Hier, du kriegst mal ein Eisen dafür. Ich gucke mal ganz kurz. Okay, ich brauche noch ein Gold. Dann hole ich mir noch ein bisschen Holz. Und dann... Wie viel kostet ein Wassereimer? Weiß ich nicht. Der kostet... Oh, nur drei Gold? Ich hole nochmal ein bisschen mehr Gold hier, wenn wir in der Mitte gerade nochmal so sind. Also, dadurch, dass die beiden eh weggeschnetzelt sind, wir sollten uns halt eigentlich mit keinem anlegen, ne? Wir könnten auch zu Rosa das Bett zerstören, ne? Also, sag mal so. Wollen wir das machen? Vielleicht sollten wir das so ein bisschen anfangen. Wir könnten den Golem mitnehmen und hinplatzieren. Oh, kommen die zu uns? Ah, weiß ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht kommt Türkis zu uns. Vielleicht gehen die aber auch zu Grün. Weiß ich jetzt nicht. Okay, also unsere Nachbarn sind komplett weg. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht für uns. Oh, ich habe keine Blöcke mehr. Oh, ich sehe... Ich sehe... Hier, hier, hier. Ich sehe, Rosa ist in der Mitte. Rosa ist in der Mitte. Aber nur einer. Ja, achso. Ist der andere dort? Ja, ja, der ist bei sich, der ist bei sich. Das Problem ist halt, er könnte auch Feuerbälle haben. Haben die... Ah, die haben Holz, ne? Du brauchst unbedingt eine Axt brauchen wir unbedingt. Ja, oh, oh, oh. Achtung, Achtung. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt? Ja, 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 ja. Oh nein. No! Er faust sich auf jeden Fall. Oh, nee. Ja, aber warte, 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 warte. Wollen wir ihn runter schubsen? Ja, hier, nimm das. Nein, ich schubs ihn runter. Warte, ich gebe dir alles, was ich habe. Ja, Achtung, die kommen beide, die kommen beide, die kommen beide. Ah, ich kann nicht, ich kann nicht. Nein, ich bin runtergefallen. Nein! Ich bin nicht runtergefallen. Oh, du hast alle Sachen, gell? Ich habe keinen Golem aber noch. Okay, da ist unser... Geh doch, geh doch. Ich hoffe jetzt nicht. Nein, ich bin weggeschnitzelt. Ist er bei uns? Ja. Nee. Doch. Ah, vielleicht wurde er weggeschnitzelt vom Golem. Ja, der Golem. Oh, wie gut. Zum Glück habe ich den Golem noch platziert. Ja, Mann. Das war sehr knapp. Jetzt haben wir uns mit denen hier angedudelt, ne? Wollen wir zu denen rüber? Weiß ich nicht. Ich habe noch einen Golem. Ich will gar noch mal Gold... Ja, Diamonds meine ich. Oh, ich bräuchte noch eine Rüstung. Kommen die noch mal rüber? Äh, ja. Ja, die kommen. Aber der Golem steht da. Ah, das ist gut. Ja, ich habe eh nur meine Hand. Das einzige Schwert, was ich hier in meinem Leben haben werde im Weltkurs heute, habe ich. Die sind bei uns. Ja. Oh mein Gott. Geh doch. Geh, geh. Oh mein Gott. Oh, das hält uns gut. Sehr gut. Komm. Ey, ich kriege den nicht weg. Wie gut. Guck mal, wir können auch hier uns Ablehmung hier, ne? Also dieses Dings, Abbaulähmungsfalle. Wir müssen aber sofort wieder einen Golem uns holen. So vielleicht. Hast du den Dropper geupgradet? Nein. Soll ich das machen? Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wo mache ich das? Hier unten? Das, äh, der Ofen. Der Ofen, der Ofen. Ah. Unten links, ja. Okay, mache ich. Habe ich. Okay, jetzt droppt hier noch mehr raus, beziehungsweise schneller. Ja. Die kommen gleich wieder bestimmt. Die kommen safe. 100.000 prozentig. Guck mal, guck mal, guck mal. Nimm mal hier das Gold. Da kannst du dir gleich bessere Rüstung holen. Ja. Und dann braucht man auch 12 insgesamt, glaube ich. Ja, ja, man braucht auch 12. Wo ist denn rosa? Die sind nicht mehr bei, die sind nicht mehr, die kommen nicht mehr zu uns, glaube ich. Oh. Oh, 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 oh. Die sind da, die sind da. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, komm, komm, komm. Runterschupseln, runterschupseln. Ich bin weggeschnetzelt worden. Ne, 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 ne. Mein Golem ist oben drauf. Ah, die machen das Bett kaputt. Nein, nein, nein. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh, der Golem, der Golem wurde runtergedingst. Ja, der du musst. Warum kann ich ihn nicht treffen? Ich habe ihn runtergeschubst. Aber, nein, er ist bei uns, er ist bei uns, er ist bei uns. Er ist mitten in, in unserem Ding. Ja, ja, ja. In unserem Ding. Ich kriege ihn aber nicht rems. Oh. Er muss irgendwo an die... Ich habe ihn, ich habe ihn geschubst. Sehr gut. Sehr nice. Okay, wir müssen hier ein bisschen nochmal zubauen wieder. Wir müssen uns gleich sofort wieder einen Golem holen. Oh, ja. Was kostet ein Golem? Äh, ich glaube zwei Stacks fast. Oh. Zwei Stacks Iron, ne? Ja. Oh, mein Gott. Wie kostet die Verbesserung? Sechs Dementen. Drei Stück habe ich. Ich habe immer noch keine Rüstung. Hol dir die Rüstung. Hol dir die Rüstung. Ja, ich kann mir... Ah, ja, jetzt kann ich mir eine Rüstung kaufen. Okay. Ähm, hast du noch Eisen? Ja. Äh, ja. Ich lege alles rein, was ich hier habe. Danke, danke. Bitte schön. Ich gehe nochmal ganz kurz rücken. Noch 22 kommen wir. Ja, ich hole nochmal... Wir können auch zu Rosa selber rüber. Kommt die nochmal? Die kommen, die kommen, die kommen. Ja, ich hole kurz Diamanten. Ja, ich weiß nicht. Äh, warte. Ich habe vier Diamanten. Damit könnten wir nochmal... Der ist da, der ist da. Das war es mit uns im Bett. Nein, 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 nein. Das war es mit uns, Epic. Nein. Doch. Sag das nicht. Doch. Komm, komm, komm. Wir müssen zusammen. Aber er muss in die Ecke. Er muss in die Ecke. Oh nein, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist der Golem, aber... Oh ja, warte. Warte, renn, 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 rüber, 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 rüber. Bist du üben? Nee. Ich habe noch... Oh, er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Geh, geh, geh. Oh. Moment, aber macht der Golem da nichts. Das bist du, oder? Ach ja, das bist du. Das war so knapp. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ich habe keine Blöcke, gell? Ich habe sechs Blöcke. Zu wem wollen wir? Zu rot? Wir gehen zu grün. Zu türkis, meine ich. Oh mein Gott. Das war... Ich hatte noch ein Herz und bin um ihn herumgerannt. Wir hätten uns auch mal Goldäpfel kaufen sollen, wir Doofis, ne? Stimmt. Aber Gold ist echt schlecht getroppt bei uns, muss man dazu sagen. Oh, da ist eine runtergefallen. Oh, das ist gut für uns. Das stimmt. Okay, jetzt haben wir hier unsere Base. Wir gehen erstaunlich... Oh. Erstaunlich lange überleben, muss ich sagen. Hast du Eisen noch ganz zufällig? Oh, hier ist auch Eisen. Hier sind unsere Sachen noch. Nee, das war von den anderen. Ach so. Au. Die in der Chest, hier. Aber das haben wir gar nichts drin gehabt, also ich zumindest. Nee, 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 nee. Aber was könnte ich uns denn... Also hier wird ja... Es wird ja unser Dropper immer noch weiter geupdatet, oder? Ja, genau. Das bringt leider nichts. Dankeschön. Also ich muss sagen, wir haben ein kleines Problem, denn... Vielleicht ist da jemand. Aber endlich, wir sind einfach die Letzten und wir spielen nur mit der Hand. Das kannst du keiner mit sehen. Oh, da. Haben die? Nee, ich glaube, die haben sich... Aber die wollten sich, glaube ich, boosten. Oh. Oh, 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 oh. Da, der ist unsichtbar, der ist unsichtbar. Ja, der ist unsichtbar. Ich habe gut mit mir selbst. Geh, geh, geh. Dings, 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 Dings. Renn, 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 renn. Oh, ja, der ist weg. Ich gehe, ich gehe, Dings, Dings. Ich weiß, Dings, 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 Dings. Habe ihn, habe ihn, habe ihn weggedimst. Renn, 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 renn. Ich kann ihn nicht, ich kann nicht wegrennen, ich kann nicht wegrennen, ich habe ihn weggeschnetzelt. Ach so. Ich wurde gefallen. Ich mache die Schmalen, ich mache die Pollen. Ich wurde weggeschnetzelt. Oh nein. Zweiter Platz. Zweiter Platz. So, nächster Versuch. Wir sind jetzt hier Team Grau. Team Gewinner. Oh, neben uns ist auch wieder... Es ist fast gleich aufgebaut, tatsächlich. Ich habe eine gute Taktik, Kasia. Was ist die Taktik? Ich baue das Bett ein. Wir müssen viel schneller hier dieses Ding... Du baust dich sofort. Die kommen zu uns. Na, okay. Doch, Rosa kommt zu uns. Das war es mit uns. Die haben sich rübergebracht. Hier, schau. Oh. Ich wollte eigentlich sagen, dass du Diamanten holst, dass wir sofort unseren Troffer upgraden. Ja. Damit wir dann genug Eisen haben für die Golems, die wir uns kaufen müssen. Aber wenn die jetzt hier die ganze Zeit schon Rabatz machen, dann... Ja, das ist nicht so gut, das stimmt. Ich gucke mal ganz kurz. Kannst du mal schauen? Wo? Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Okay. Oh mein Gott. Das war es mit uns. Das war es mit uns. Die kommen beide. Ja, nee. Oh nein. Ja, was sollen wir denn machen? Ja, gut. Elfik, was sollen wir machen? Die sind auf unserem Dach. Schubse. Oh, ich schubse sie wirklich? Oh, sehr gut. Wo sind die andere? Oh, er ist drin. Er ist drin. Oh mein Gott. Oh, das war es. Nein. Ich habe beide wieder geschubst. Oh, er ist nicht zurückgepackt. Oh, hat er dich? Ja. Oh, mich auch. Er ist zurückgepackt bei mir. Das war ja nicht so gut. Er ist zurückgepackt bei mir. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und letzte Runde. Wo sind unsere Nachbarn hinter uns? Oh. Hinter uns? Ja. Stimmt. Aber ich glaube, ich könnte mich hier easy hinbauen. Eigentlich zu den Diamanten, oder? Ja, bau du dich zu den Diamanten am besten. Ja, mache ich. Dankeschön. Von hier könnte sich ja keiner so bedroht fühlen, oder? Weiß ich nicht. Oh, ich habe die falschen Blöcke gekauft. Ah. Na ja. Du hattest eine Sache zu tun. Hey. Alles gut. Die kommen noch nicht zu uns. Nee, die bauen sich auch erst mal ein. Okay. Ja, sehr gut. Ich will ja auch nur zu den Diamanten. Ich will ja gar nicht zu denen. Ich will ja ganz und gar nicht zu denen eigentlich sogar. Ähm. Wir haben ein Problem. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr hoch. Hast du keine Blöcke mehr? Kannst du da noch einen Block hinsetzen? Ja, ich gehe dich abholen. Oh, nee, die kommen. Grau kommt safe. Oh, nein. Danke schön. Danke, danke, danke. Bau auf jeden Fall das Bett gut ein. Wir wollen nicht zu euch, Grau. Wir wollen hier Spaß haben ganz entspannt, ne? Soll ich auf den Golem sparen oder soll ich das Bett gut einbauen? Bau das Bett lieber gut ein. Die kommt gerade zu uns, glaube ich. Äh. Soll ich davon halten? Oh, nichts. Ja, ganz und gar nichts. Was soll ich denn kaufen? Eine Abbaulähmung oder was anderes? Am besten die Schmiede eigentlich upgraden. Die Schmiede? Ja, gut, dann mache ich das. Ja, dass wir sehr viele Blöcke bekommen. Okay. Oh, guck mal, wie hat er sich denn lang lang gebaut? Erst mal die Diamanten jetzt. Achso. Die haben sich voll zu quer gebaut. Ja, sollen sie machen. Wenn sie auch erst mal die Diamanten wollen, haben wir damit auf gar keinen Fall ein Problem. Und weiß möchte auch, glaube ich, zu den Diamanten. Die sind hinter uns. Ja. Kommen wir jetzt erst mal hier so eine... Rot geht zu Grau. Eisendings. Oh mein Gott. Ich gehe mal kurz Diamanten holen. Ja, mach das. Ich glaube, Grau wird grau weggeschnetzelt. Wenn Grau weggeschnetzelt wäre... Ja, ja, Grau wird weggeschnetzelt, glaube ich. Oh, das ist sehr gut für uns. Aber vielleicht kommt Rot dann weiter zu uns. Wir müssen echt aufpassen. Ja. Also wir bekommen auf jeden Fall mehr Eisen. Das ist schon mal sehr nice. Okay, ich gucke mal ganz kurz hier nochmal die ganze Zeit. Nicht, dass hier jemand sich... Zwei Diamanten habe ich. Hast du noch Diamanten? Nee. Nee, aber ich kann nochmal holen gehen. Welche? Ja, wir bräuchten noch zwei Stück. Guck mal in die Kisten. Da haben wir auch viel Eisen und Kohn alles. Ja, hier sind gar keine Diamanten gerade. 20 Sekunden noch. Wow. So, kann ich mir eine Rüstung holen? Ja, Eisenrüstung zur Not. Stimmt. Also Eisendings meine ich hier. Wie viel kostet der Gole? Ich brauche noch 52 Eisen. Hier, hier, hier. 18 habe ich schon mal. Dankeschön. Ich habe noch einen Diamanten bekommen. Nein, oder? Drei Diamanten. Nee, nee, nee. Boah, hier passiert gerade so viel, ne? Ja, graues Bett wurde von rot weggeschnetzelt jetzt. All in all. Guck mal nochmal hier. Ich gehe nochmal kurz zu den Diamanten. Was geht hier ab? Rotes Bett wurde von grau zerstört. Oh, das ist aber ein Blottwist. Das ist sehr gut. Das ist für uns wirklich sehr gut. Rotes bei grau noch, glaube ich, ja. Rotes Team wurde eliminiert. Und grau ist nur noch einer. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Wo? Oh, jemand ist bei uns. Hä? Jemand ist über uns. Jemand ist über uns. Ja, ja, ja. Was sollen wir machen? Nein, 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 nein. Was sollen wir machen? Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Hä? Ich habe mich verkauft. Ach, da ist er, da ist er, da ist er. Ich helfe dir, ich helfe dir. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, er wird rüber, rüber. Wir müssen, oh mein Gott. Na, echt jetzt? Ja. Was hattest du gekauft? In Schneeball. Ach, epic. Ja, ich bin tot. Hier ist der Graue, hier ist der Graue. Ich bin tot. Oh Mann. Wird unser Wett zerstört? Ja, natürlich. Ich habe grau, ich habe grau. Oh, ach, du lebst noch. Ja. Hä, das Spiel ist vorbei? Wir sind Zweite geworden. Schon wieder? Ja. Gelb hat gewonnen. Immerhin. Und, Epic, ich muss sagen, all in all haben wir beim ersten und beim dritten Versuch auf jeden Fall, glaube ich, das meiste Glück gehabt. Wobei, ich glaube, das erste Spiel auf jeden Fall für mich sich am besten angefühlt hat, weil wir viel länger überlebt haben trotzdem. Aber ich denke, es wäre nicht unmöglich. Das heißt, vielleicht sollten wir es einfach nochmal irgendwann probieren, wenn wir ein bisschen geübter in dem Ganzen sind. Und Leute, wenn ihr noch weitere Bad Force Challenges habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Da können wir auf jeden Fall gerne mal wieder was machen. Und wie gesagt, wir sind ja auch zweimal Zweite geworden. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020